1, 2, 3, 4 Okay, ich grüße euch. Ich zeige euch einen Rhythmus, den ihr auf drei Trommeln verteilen könnt. Und zuallererst zeige ich euch den auf einer Trommel. Der ist ein sehr cooler auf einer Trommel. Ich mache den erstmal flott vor und dann machen wir es langsam gemeinsam durch. 1, 2, 3, 4 Okay, also es ist eine Kombination von Slapkong und Rollon. Und zwar, also wir fangen an. Haupthand ist bei mir die rechte Hand. Das sind die ersten Schläge. Wir haben einen offenen Bass. Zwei Höhen. Einen geschlossenen Bass. Die Hand bleibt liegen. Und einen leichten Slap. Nochmal. 1, 2, 3, 4 Und zwar, der Schlag bei dem geschlossenen Bass, will ich euch nochmal daran erinnern, der muss nicht so laut sein. Der ist auch gar nicht so laut. Da braucht ihr euch nicht so abzumühen. Da ist es ja so, der herkömmliche Bass, der kommt ja aus dem Arm. Und dieser Bass aber, der abgestoppte Bass, der trockene Bass, der kommt, da stellt euch vor, dass die Energie, dass eure Handknöchel, werden hier heruntergedrückt. Und hier kommt die Energie her. Hier geht es runter. Also nicht aus dem Arm, weil das schlabbert, sondern hier. Und einfach ein kurzer, präziser. Okay? Also nochmal der Rhythmus. So, und jetzt die anderen restlichen Schläge. Nochmal. Roll on und Slap Kong hinten dran. Es könnte sein, dass ihr euch erstmal mit der unterschiedlichen Arten von Schlägen vertraut machen müsst. Und das ein bisschen üben müsst, ja. Mein offener Bass dann wieder geschlossen. Weil die Energien in den Händen sind sehr unterschiedlich. Also seid da ein bisschen geduldig mit dir selber. So, und jetzt kombinieren wir das beides. Also nochmal. 1, 2, 3, 4. All right. Da war ich kurz ein Gedanken. So, Leute. Also jetzt habt ihr den Rhythmus. Und jetzt verteilen wir das auf die Trommeln. Das wird wahrscheinlich leichter dadurch. Weil du, die Koordinierung ist leichter. Ja, das unterschiedliche Sounds. Okay, probieren wir es. Ich mache es mal vor. Im gemütlichen Tempo. So, jetzt zusammen. Wieder der erste Teil. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Okay. Der zweite Teil. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Nochmal. Nochmal. Okay, und jetzt alles zusammen. Ich mache es einmal vor, dann zähle ich uns rein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Letzte Runde. So, das ist es. Jetzt weißt du, wie es geht. Vielleicht ist es für dich auch angenehm, in zwei Teilen das zu üben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hier ist Ingo Gutmann. Und ich werde zum Schluss noch ein bisschen damit rumspielen. Nur ganz kurz. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Viel Spaß. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. 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 Ich wünsche dir den Tag. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und ich wünsche dir, dass du sie und ich sehe. Dieser Tag. Vielen Dank.